In diesem Video wird es spannend, ich möchte nämlich über Domi Online sprechen. Das ist ein MMORPG mit Oldschool-Mechaniken und mit einer modernen Benutzeroberfläche und Kampfsystem. Domi ist mehr als 9 Whitepaper, sondern eine voll funktionsfähige Welt mit Zaubern, Kämpfen, Monstern und NPCs. Also geh auf Nummer sicher und schau dir das komplette Video bis zum Schluss an, um keine wichtigen Informationen zu verpassen. Auf meinem Kanal gibt es tägliche Videos rund um den Kryptobereich und das sind nicht nur irgendwelche News, sondern Analysen und wirkliche Tipps, die dir das Investieren erleichtern. Also solltest du definitiv nicht vergessen zu abonnieren. Ich wünsche dir mit all diesen Informationen ganz viel Erfolg. Die Vision hinter Domi Online ist es, ein MMORPG zu schaffen, bei dem der Spieler tatsächlich das Eigentum an den Assets im Spiel hat. Hast du es nicht auch satt, tausende von Stunden in ein Spiel zu investieren, nur um die gleiche Stufe wie alle anderen zu erreichen? Und dann mit einer neuen Erweiterung deine Gegenstände nutzlos zu machen, weil die Startsets der neuen Spieler eben besser sind als die Gegenstände, für die du monatelang gegrindet hast. In Domi Online, und das finde ich persönlich besonders spannend, gibt es keine Stufen oder Fertigkeitsbeschränkungen und es hängt eben stark von deinem Schwert, Axt, Bogen, Zauberstab und auch der Magieleistung ab. Und keine Erweiterung wird dir jemals deine Stufe nehmen oder deine Gegenstände wertlos machen. Außerdem sind sich die größten MMORPG-Streamer der Welt einig, dass Communities nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Nachdem eben beliebte MMORPGs, ich nenne jetzt mal keine Namen, heutzutage auf schnell fliegende Reittiere oder einfachen Schnittstellen basieren, die dich zu Dungeons und Schlachtzügen teleportieren. In Domi Online ist die Reise und auch die Strategie zum Überleben und Erkunden ein Schlüsselelement. Das Spiel knüpft an die Mechanik der alten Schule an, aber mit einer modernen Grafik und auch einem guten Interface und auch in 3D. Und das finde ich alles besonders cool, denn ich mochte die alte Schule. Die Lösung ist also, eine innovative Änderung an der Standard MMORPG-Erfahrung zu machen. Wie zum Beispiel das Vermeiden von Teleportationen in Dungeons, das Verbot von Maximalstufen oder Erweiterungen, die all deine harte Arbeit wertlos machen. Und eben schwerwiegende Konsequenzen für den Tod. Das heißt eben, wenn du stirbst, verlierst du tatsächlich Erfahrung und möglicherweise auch eben Gegenstände. Und das bedeutet auch, dass du strategisch vorgehen oder auch eben auf Nummer sicher gehen musst, wenn du die Ranglisten wirklich dominieren und auf deinem Server eine ernstzunehmende Macht werden willst. Domi Online wird zunächst in einem kostenlosen Abo-Modell betrieben. Das heißt, die Spieler können kostenlos spielen, ohne dass ihr Erfolg von Pay-to-Win-Faktoren beeinflusst wird. Stattdessen sind die Zeit der Spieler und die damit verbundenen Risiken die Hauptfaktoren, die das ewige Gameplay von Domi Online beeinflussen. Mit Domi Token dann können die Spieler auf dem internen Marktplatz auch kosmetische Gegenstände erwerben, die keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben. Domi hat außerdem ein neues Konzept namens Pay-to-Earn entwickelt, bei dem die Spieler NFTs erhalten können, mit denen sie mehr verdienen können. Ein Beispiel dafür wäre ein Amulett-NFT, das die Chance erhöht, bei einer bestimmten Aktion mehr Domi Token oder Partnerschaftstoken zu erhalten als ein Gratisnutzer. Außerdem können die Spieler ihre wertvollen NFTs auf dem internen Marktplatz verkaufen, sodass Domi für jede Transaktion eine wettbewerbsfähige Gebühr erhält. Außerdem können die Gratisnutzer einen Premium-Pass erwerben, der auch als Battle Pass bekannt ist und mit Domi's sazionalem Belohnungssystem für Play-to-Anfähigkeiten übereinstimmt. Er belohnt Spieler dafür, dass sie aktiv bleiben und bestimmte Herausforderungen meistern, mit In-Game-Gegenständen wie Kosmetika, Häusern, Haustieren, Reittieren und anderen Gegenständen, die sie ohne den Premium-Pass nicht bekommen würden. Und das ist ein sehr ähnlicher Einnahmeansatz wie bei Spielen wie Fortnite oder Halo Infinite, League of Legends und anderen aktuellen Spielen, die einen kostenlosen oder eben niedrigen Einstiegspreis für neue Nutzer anbieten. Die Anfangsfinanzierung wird Domi Online mit genügend Kapital ausstatten, um seine Roadmap zu erfüllen. Domi hat einen großen Teil der Token für Belohnungen vorgesehen, um den nachhaltigen Fluss von Token an die Community und auch die Langlebigkeit der Play-to-Earn-Anreize zu gewährleisten. Die Hauptkonkurrenten von Domi Online sind so die traditionellen MMOPGs, die heute auf dem Markt sind. Die Revision ist es aber, ein Spiel zu erschaffen, wie ich schon erwähnt habe, aber ich erwähne es nochmal, denn ich finde es ziemlich cool, indem jeder eben seinen Spieletraum erleben kann. Ein MMOPG mit Oldschool-Mechaniken für eben Leveling und Skillsysteme zu spielen, das dich nicht aufhält und dich nicht zurückhält, aber mit eben moderner Grafik, Kampf- und Benutzeroberfläche. In diesem MMOPG gibt es keine Stufen oder eben Fertigkeitsbeschränkungen, sodass du ewig weiterkommen kannst und die Möglichkeit hast, den Server wirklich zu dominieren, egal ob alleine oder eben mit Freunden oder Gilden. In Domi Online kommt es auf deine Handlungen und auch deine Strategie an, denn es gibt eben keine Grenzen und Tod und PvP haben schwerwiegende Folgen, da du beim Tod sowohl Erfahrung als auch Gegenstände verlierst. Zu den wichtigsten Ökosystemen und strategischen Partnern gehört hier Galaxy Interactive, Animoca Brands, Cumberland, Volkastarter, Chainboost, Nexo, AU21 Capital und viele weitere. Und das Team dahinter, das braucht sich auf jeden Fall auch nicht zu verstecken. Der Hauptentwickler zum Beispiel, der kommt vom weltgrößten kostenlosen MMOPG von RuneScape. Und die Blockchain-Experten von Chain Guardians, das sind echte Pioniere bei der Nutzung von NFT. Und die Sound- und SFX-Macher, die kommen von Pelek. Das ist von League of Legends oder eben Power Rangers, Path of Exile oder Polkarpats oder Magic, The Gathering. Und wenn man sich so die Biografie anschaut, dann ist jedenfalls von meiner Seite aus das Vertrauen gegeben. Die könnten es tatsächlich schaffen. Schauen wir uns nun mal die Token-Utility an, denn Domi Online bietet eine Vielzahl von Token-Utilities und die wichtigsten Dienstprogramme des Tokens sind hier die Steuerung zum Beispiel. Also das Einreichen von Vorschlägen und Abstimmungen über spielinterne Designänderungen sowie Vorschläge zum Ökosystem wie Balancing oder Feature Requests. Und die Möglichkeit eben, der Community es zu ermöglichen, wirklich Einfluss auf die Veränderungen in einem Spiel vorzunehmen, das eben von Spielebegeisterten für die nächste Generation von Spielen entwickelt wurde, um sich ein immersives Gameplay zu verdienen. Und dann gibt es noch das Staking. Dort kannst du eben Belohnungen wie mächtige NFTs verdienen, Titel oder sogar Gildenhäuser an sehr exklusiven Orten in der Welt von Domi. Mit dem Token dann kannst du dir eine Vielzahl exklusiver, limitierter Kosmetika verdienen, die du dann auf dem internen Marktplatz tauschen oder auch in der Welt von Domi Online nutzen kannst. Sie werden es den Nutzern auch nicht nur ermöglichen, für Belohnungen zu staken, sondern auch verschiedene Partnerschaften mit DeFi-Funktionen anzubieten, die es den Nutzern ermöglichen, mit verschiedenen Staking- und Locking-Möglichkeiten Erträge zu erzielen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin ziemlich hyped und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Die Alpha-Version von Domi, die wird dann im dritten Quartal 2022 spielbar sein. Wie du sehen kannst, ist am Preis jetzt noch nicht so viel zu sehen, aber das ist ja auch logisch, denn das Spiel wird ja auch eher gegen Ende des Jahres erscheinen und auch dann wird der Preis erst anfangen, richtig zu steigen. Von daher ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um sehr günstig in dieses Spiel einzusteigen. Aber an der Stelle natürlich kein Financial Advice, du musst immer deine eigenen Recherchen machen, bevor du in so ein Projekt investierst. Aber ich für meinen Teil finde es ziemlich cool, das Team ist gut, die Investoren sind gut und die Vision dahinter gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Von daher freue ich mich auf dein Feedback, schreib doch gerne was unter die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schau noch auf meiner Patreon-Seite vorbei für weitere Vorteile. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor, zudem auch noch Low- und Micro-Cap-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100x Potential und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Der Link ist in der Videobeschreibung.